Die Landesvermessung als Teilbereich der Geodäsie beschäftigt sich mit der Grundlagenvermessung eines Staates bzw. Landes. Im Gegensatz zur Landvermessung, bei der ein beliebiges Stück Land vermessen wird, ergibt sie sich aus gesetzlich verankerten Pflichten von Gebietskörperschaften wie etwa dem Bund oder den Bundesländern Aufgaben. In Abhängigkeit von der Position innerhalb einer administrativen Verwaltungsgliederung müssen Gebietskörperschaften ihren geodätischen Raumbezug. Sichern, ZB durch in der Örtlichkeit vermarkte Festpunkte oder durch die Unterhaltung eines satellitengestützten Positionierungsdienstes. Die Gelände formen und die sichtbaren Gegenstände und Sachverhalte an der Erdoberfläche erfassen und diese Signaturen basiert und systematisch in den grundlegenden Landkarten und topografischen Landeskartenwerken darstellen. Seit den 1980er Jahren kommt die Aufgabe hinzu, die Basisdaten der Landesvermessung objektbasiert in einem Geoinformationssystem bereitzustellen. Damit werden moderne Anforderungen bezüglich der Aktualität der Daten und Datenbanken besser erfüllt. Je nach gesetzlicher Regelung können eine oder mehrere dieser Aufgaben abgegeben werden. Einzelheiten regeln Geodateninfrastrukturgesetze sowie Geoinformations- und Vermessungsgesetze. Bedeutung von Landes- und Geoinformation Geoinformationen sind wirtschaftlich und militärisch bedeutend. Wie es zum Beispiel schon 1894 in Otto Lügers Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften formuliert wurde. In jedem Kulturstaat ist für staatswissenschaftliche, militärische, technische und wissenschaftliche Zwecke, wie die Sicherung des Grundeigentums. Statistik, Grundsteuererhebung, Truppenübungen, Landesverteidigung, Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, Industrie, Verkehr, Straßen, Eisenbahn, Strom- und Kanalbau, wissenschaftliche Untersuchungen, US-W. Die Beschaffung einer exakten Landesvermessung erforderlich. Dieselbe soll, den genannten Zwecken entsprechend, derart beschaffen sein, dass sie, soweit das technisch möglich ist, alle im öffentlichen Interesse erforderlichen geodetischen Unterlagen unmittelbar zuliefern vermag und besondere Vermessungen nicht notwendig oder doch möglichst eingeschränkt werden. Die für den öffentlichen Gebrauch bestimmten Ergebnisse einer Landvermessung sind zuverlässige Karten. Im 18. bis 20. Jahrhundert hatten zunächst die militärischen Ingenieurgeografen den wichtigsten Anteil an der Erstellung von Kartenwerken, was aber später zunehmend auf zivilamtliche Geodeten, Karto- und Topografen überging. Seit dem 20. Jahrhundert sind auch privatwirtschaftliche Initiativen wesentlich an Karten- und Datendiensten beteiligt. Ausführung Historische Entwicklung Klassische Landesvermessung Triangulation Netzausbreitung Fundamentalpunkte am Referenzellipsoid Nivellement und Basismessung 19. 20. Jahrhundert Dichtere Vermessungsnetze Beginnende Ausgleichsrechnung für das Netz erster Ordnung Lotabweichungs- und schwere Grundnetz Präzisionsnivellement Internationale Erdmessung Seit Tilde 1935 Geodetisches Datum Punkteinschaltung Mittleres Erdelipsoid Zwischenstaatliche Koordinatentransformation im Grenzgebiet Senn- und Europa-Netz TTC Astro-Geodetische Netzausgleichung Internationale Kooperation in Assoziationen wie EUGG und IAG Seit Tilde 1965 Satelliten Geodäsie und Triangulation Europa-Netz Weiterentwicklung ID50, ID77 und TD 79 Relative und absolute Lotabweichungen Doppler-Ottung GPS Offshore- und Meeresgeodäsie GPS-Leveling Geodynamische Test- und Kontrollnetze Zentimetergenaue Geoidbestimmung VLBI Satelliten- und Satelliten-Altimetrie Die topografischen Landesgartenwerke werden meistens in einer Maßstabsreihe mit den Maßstäben 1.10, 1.25, 1.50, 1.100, 1.200 und 1.500, teilweise auch in verschiedenen Ausgaben mit unterschiedlichen Inhalten, geführt Topografische Karten, besonders in den Maßstäben 1.25 und 1.50 sind im Buchhandel erhältlich Sie sind Grundlage weiterer Karten von Verlagen oder von Institutionen der Geowissenschaften Die Daten aus der Vermessung stehen den Vermessungsbefugten zur Verfügung als Datenbank oder Punktkarten des Vermessungsnetzes Solche Netze werden seit Gauss terrestrisch heute auch mit GPS gemessen Als Netz 1. bis 5. Ordnung haben die Festpunkte Distanzen von 30 bis 50 km bis herab zu etwa 500 m In Deutschland gehört die Landesvermessung in die Gesetzgebungszuständigkeit der Bundesländer und wird von den Landesvermessungsbehörden wahrgenommen In anderen Staaten ist meist eine gesamtstaatliche Behörde verantwortlich In Österreich das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen In der Schweiz SwissDopo Neben den amtlichen Kartendaten der Länder existiert seit Mitte 2004 die K-Sekundenprojekt OpenStreetMap als eine weitere Kollaborative Form der Erhebung geografischer Daten Dabei spenden Freiwillige die aus Luftbildern oder selbst erstellten GPS-Spuren abgeleiteten Vektordaten an ein international organisiertes Projekt In vielen städtischen Regionen ist dadurch ein detailreicheres Gartenbild entstanden, als es die TK 1.25 Uhr der Länder wiedergibt Demgegenüber sieht es im ländlichen Raum oft schlecht aus, hier ist die Anzahl der Mithelfer geringer Durch die Open Data Initiative besteht seit jüngerer Zeit in manchen Regionen auch eine gewisse Form der Zusammenarbeit mit den Landesbehörden Bei der Erstellung freier topografischer Karten werden meist Höhen Daten der NASA hinzugezogen Bei der Erstellung freier topografischer Karten wird in manchen Regionen auch eine gewisse Form der Anzahl der Mithelfer Bei der Erstellung freier topografischer Karten wird in manchen Regionen auch eine gewisse Form der Anzahl der Mithelfer